Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play hier auf dem Channel so ein paar Jahre später. Ja, es hat ein Weilchen gedauert, es hat auch ein bisschen gedauert überhaupt, dass ich wieder mal was aufnehme und irgendwie hat sich in der Zeit viel, viel verändert. YouTube ist irgendwie nicht mehr das, was es mal war und Minecraft ist immer irgendwie gleich geblieben, bis auf diese Mods, die jetzt ganz neu sind und die immer besser werden und man hat es auf dem Thumbnail vielleicht schon gesehen. Wir spielen nicht einfach nur Minecraft, sondern wir spielen After Humans, das Modpack von Gronkh, Debitor und Turbinator, was ja von Debitor glaube ich verwaltet wird. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich wollte so lange schon wieder live in der Woods spielen, ich hatte so technische Probleme, jetzt mit dem neuen OBS Studio, was ich endlich drauf habe, funktioniert alles irgendwie runder. Ist es endlich mal wieder Zeit, Minecraft zu spielen. Und bevor ich jetzt hier lang schwaffe, fangen wir erstmal an, hier eine neue Welt zu createn. Und zwar, das machen wir wirklich gemeinsam. Ich möchte da keine Welt mehr aussuchen, wir gehen da rein, wo wir jetzt landen. Ein paar Sachen allerdings noch vorweg. Erstens wird dieses Let's Play wahrscheinlich so zwei bis dreimal die Woche kommen erstmal. Ich muss erstmal gucken, dass ich mich wieder zurecht finde und die Folgen sollen auch wieder länger sein als früher. Das letzte große Minecraft-Let's Play war auf der Playstation und da waren die Folgen zehn Minuten lang. Das ist für heutige Maßstimme einfach zu kurz und deswegen werde ich auch auf 20 Minuten gehen. Pilzbiom, na toll. Und ich kriege Archivements um die Ohren, nur weil ich die Welt gecreated habe. Naja, wie ihr seht, der Junkloader ist nicht der schnellste, aber ich muss auch ein bisschen auf die Performance gucken. Wir werden trotzdem genug sehen. Hier ist schon mal eine große Wasserfläche. Wir könnten das Glück, Pech haben, dass wir auf einer Insel sind. Wir werden es gleich rausfinden, wenn ich weiter unten bin. Und ich lasse den jetzt erstmal noch ein bisschen laden hier. Wie gesagt, zwei bis dreimal die Woche. Und was ganz wichtig ist, YouTube befindet sich momentan in einem kleinen Umbruch. Es läuft vieles falsch. Und deswegen habe ich mich genauso wie viele bereits sehr, sehr aktive, sehr, sehr große Let's Player dazu entschieden, nicht nur noch auf YouTube hochzuladen. Das Ganze wird jetzt auch auf With.me und wenn ich es hinbekomme, auch auf Twitch. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Partner-Account machen kann, als ganz normales Video on Demand vorhanden sein. Das heißt, dieses Let's Play wird auf drei Plattformen gleichzeitig hochgeladen und dort auch erstmal eine Weile bleiben. Bis sich zeigt, was weiter Sinn macht, ob sich With.me weiterhin rentiert, ob das wächst, ob daraus was werden kann. Ob aus diesem alten YouTube-Charme noch etwas Besseres, noch etwas Größeres werden kann. Oder ob wir zurück zu YouTube gehen. Auf jeden Fall werden wir das Let's Play dann auf jeden Fall auf allen Plattformen haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dort soll es dann auch erstmal weiterlaufen, bis sich irgendwas entscheidet. Und daran halte ich auch jetzt einfach mal fest. Das Ganze spielt in After Humans. Ich habe mir gedacht, ich starte jetzt einfach mal eine Aufnahme, hoffe, dass alles funktioniert. Ich hatte im Vorfeld noch ein bisschen Probleme, dass mir Minecraft mal abgeschmiert ist. Einfach weg war, sollte das vorkommen, werde ich neu starten und werde das dann entsprechend zurechtschneiden. Und dann werde ich weiterhin nach den technischen Problemen suchen. Ich denke, ich habe sie inzwischen gelöst. Ganz sicher bin ich mir diesbezüglich allerdings nicht. Dann werden wir gucken, ob das alles funktioniert und dann wird das schon alles kommen. Ich höre hier eine Spinne, das heißt, hier ist schon mal eine schöne Höhle unten drunter. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja erstmal, dass wir wirklich eine kleine Behausung finden und uns ein bisschen ausstatten. Und zu dem Zweck werde ich hier mal einen von diesen Sprucewood-Bäumen mir einverleiben. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin im Vergleich zur Ingame-Mucke und so weiter noch ein bisschen leise. Deswegen werden wir jetzt einfach das Game ein bisschen leiser drehen erstmal. Momentan nehme ich mein Mikrofon direkt über den OBS auf, das heißt, ich kann an der Audioaufnahme im Nachhinein nicht mehr so viel ändern. Sollte sich das herausstellen, dass das nicht so eine gute Idee war, werde ich wieder separat aufnehmen über Order City und werde das Ganze dann nachträglich bearbeiten. Dann ist die Audioqualität auch wieder gut. Wie in den letzten Minecraft-Videos, die ich auf einem anderen Kanal hochgeladen hatte, der irgendwie nicht so den Start weg hatte wie der hier. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, wieder auf diesen Account zurückzukehren und auch hier einfach meinen neuen Nickname, Sitoki zu etablieren und ich denke, ein paar Leutchen, die sich hier ab und zu mal umschauen und sich auch schon beschwert haben, wo der Minecraft bleibt, werden sich an den Namen schon gewöhnt haben und ich denke mal, das sollte alles kein großes Thema sein. Ihr seht, wir haben in diesem Modpack viele neue Pflanzen, viele neue Tiere. Hier haben wir ein Baby-Zebra, was hier unter Wild Horse gilt, aber es ist natürlich als Zebra gedacht. Ach, die schöne Mushroom-Kuh. Es ist wirklich herrlich und ich muss auch sagen, mit Modpack und diesem Optifine-Shader über Sildur's Vibrant Shaders macht es auch wirklich Spaß, hier zu spielen. Es sieht nicht mehr so aus wie das alte Minecraft und das ist mir auch relativ wichtig, weil die reine Minecraft-Optik macht nicht so viel Spaß. Und was ich auch festgestellt habe, dass in After Humans tatsächlich die Bäume angerundet sind. Wir haben runde Baumstämme. Das war ein Live-Interviews noch nicht so. Ah, wenn ihr hier seht, hier die angekanteten Ecken. Das ist wirklich schön. Also das ist ein kleines Detail, was eigentlich nicht viel ausmacht, aber ich freue mich darüber doch schon sehr, dass wir hier ein bisschen, ja, nach vorne gucken können. Dass es alles ein bisschen moderner wird. Minecraft selbst entwickelt sich zwar auch weiter, aber irgendwie in einem schleichenden Tempo und das ist ja auch nach wie vor noch ein Java-Spiel. Es ist ein OpenGL-Spiel, was immer noch Unmengen an Ressourcen raubt. Ich muss aber sagen, dass es auf meinem PC mit OBS Studio inzwischen ganz gut läuft. Allerdings muss ich auch einen Arsch voll an RAM nur für Minecraft freimachen. Ich hoffe, das reicht dann auch wirklich. Sollte es allerdings auch, weil OBS zieht so gut wie gar keine RAM und rein theoretisch dürfte der RAM 80% ausgelastet sein. Ich dürfte überhaupt keine technischen Probleme haben. Das werden wir uns anschauen und ich denke auch, dass bei den vorfältlichen Tests, dass es da tatsächlich der RAM war, der mir das Problem gemacht hat. Der ist jetzt erhöht, deutlich erhöht. 8 GB darf Minecraft verwenden und ich denke mal, das sollte reichen. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So krass zieht es nun auch nicht. In den Testaufnahmen habe ich auch festgestellt, dass alles irgendwie ganz gut funktioniert hat. Und ich denke mal, das wird auch so bleiben. Ich habe da immer ein Auge drauf, ich habe den Task Manager offen und ja. Genug des technischen Gebrabbels. Ich möchte mir jetzt ganz gerne ein Örtchen suchen, wo ich vielleicht mal ein bisschen bleiben kann schon mal. Zumindest ein paar Stündchen. Ich finde auch das Wasser in diesem Shader unglaublich schön. Und das sind nicht mal die Extreme Shader, das sind die High Shader. Also das ist noch nicht die höchste Klasse des Shaders, aber es sieht halt trotzdem super aus. Es sieht halt wirklich gut aus und da spricht überhaupt nichts gegen. Was ich auf jeden Fall haben möchte, sind ein paar Tools. Es sind ja viele Mods drauf in diesem Pack und das wird ja ständig aktualisiert. Das heißt, es kommen auch ab und zu mal neue dazu. Wir haben ja schon so einen verwunschenen Baum hier. Da sollte sich dann schon noch einiges tun, aber es gibt auch schon ein paar Sachen, die jetzt schon sehr, sehr großen Reiz haben. Und da können wir mal kurz gucken. Ich habe hier alles auf Englisch gestellt, ne? Ey, diese Achievements sind schlimm. Ähm, kann ich hier? Ja, ME ist ein bisschen, ähm. Wie kann ich denn da noch suchen? Ähm, Storage. Genau. ME Storage. Sell. Gut, da gibt es tolle Sachen. Ähm, ja. Das wird sehr, sehr spannend. Ähm, das hätte ich gern irgendwann. Ein Storage. Ein richtig schönes MR-Storage, wo alles drin ist. Ich möchte aber auch gern ganz normalen Regale und so ein bisschen haben. Das soll nicht verloren gehen, ja? Also, ähm, das klassische Minecraft soll erst mal aufleben. Hier, ich habe lange nicht mehr gespielt. Das möchte ich erst nochmal in voller, äh, Gunst und Güte genießen können. Und dann, äh, werden wir auch zu den moderneren Sachen so langsam übergehen. Wobei es mir da noch ein bisschen vorgraust, muss ich ehrlich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Ist das hier ein Design-Element? Kann man hier irgendwas erwarten? Ich weiß es nicht. Ähm, könnte so eine Art, äh, ja, Ölbohrung sein. Aber hier scheint nichts darunter zu sein. Also können wir das Ganze eigentlich in Ruhe lassen. Eine Truhe würde ich hier nicht finden. Die Frage ist jetzt, wo wollen wir hin? Ich möchte natürlich aus dem Pilzgebiet raus. Das, äh, ist jetzt nicht gerade ansprechend. Was ich jetzt bald brauchen werde, ist auf jeden Fall Werkzeug und, ähm, Kohle. Kohle ist wichtig. Und Eisen, damit wir uns auch verteidigen können. Das sind so die ersten Sachen, die auf jeden Fall herangeschafft werden müssen. Alles weitere kommt dann mit der Zeit. Beim Bamboo kann ich hier gleich mal zuschlagen. Wer weiß, was man braucht. Außerdem lässt sich da so viel in so kurzer Zeit ernten. Das lohnt sich auf jeden Fall. So. Ah, da ist noch einer. Zack. So. Erstmal ist Inventar vollgeklatscht mit Bambus. Den man ja tatsächlich auch zu Sticks weiterverarbeiten kann, glaube ich. Also das ist ja schon mal, ähm, nicht unpraktisch. Da ist auch noch ein Wintergebiet jetzt direkt. Äh, wir sind nicht am besten Punkt rausgekommen. So viel kann ich schon mal sagen. Im Laufe des Let's Plays, ich denke mal ab der zweiten Aufnahme, wird es dann auch eine kleine Playlist geben, die im Hintergrund dann so ein bisschen laufen wird. Ähm, das hängt auch davon ab, wie sehr ich, ähm, beim Arbeitsspeicher aufpassen muss. Der jetzt gerade schon an die 6 Gigabyte kratzt, das ist, äh, sehr interessant. Weiß ich gar nicht, warum. Hat der so viel zu laden? Kann sein, dass ich den Arbeitsspeicher nochmal hochschrauben muss, aber das sehen wir ja dann. Hier sind auf jeden Fall schon mal, äh, viele... What the... Fuck. Okay. Ja. Äh, das, äh, nehmen wir mal so hin. Eure Majestät. So. Ähm. Ja. Ja, ja. Also wir gucken mal. 6 Gigabyte geknackt. Also wie gesagt, 8 Gigabyte habe ich zugewiesen. Es kann natürlich sein, dass er die auch noch knackt. Das weiß ich nicht. Ja, da ist eine Höhle, ist okay. Wir kommen jetzt dann langsam schon in die Nacht, äh, Nacht hinein und das ist gar nicht mal so gut, weil wir auch noch nichts zu essen haben. Ich weiß nicht, kann man Pilze pur essen? Ich glaube eher nicht. Also so langsam sollten wir uns mal... Stink... Stinkhorn. Okay. So langsam sollten wir uns mal irgendwo einnesten und vom Essen her weiß ich jetzt gar nicht, wie wir uns da am Anfang über Wasser halten wollen. Das kann nicht mehr sein, weil ich nehme jetzt einfach mal ein paar Pilze mit. Ich weiß nicht, ob wir damit was anfangen können. Tiere möchte ich jetzt eigentlich noch nicht belangen, aber vielleicht kommen wir da nicht drum rum. So. Okay. Jetzt wird es auch dann gleich schon zu... Ähm... Bug? Ist alles bugfrei hier. Alles gefixt. Oh, scheiße. Lalalala, lalalala. Ich, äh, habe ein kleines Problem. Ich glaube, weil ich nicht rennen kann, ne? Äh. Okay, in der Höhle wollte ich jetzt nicht rein. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich jetzt gleich sterben werde. Ja. Sehr schön. Das, ähm, hat ja gut geklappt. In unser Deathpoint, den können wir gleich holen gehen. Ähm, ja, das war jetzt nicht so optimal. Ähm, Bett wäre natürlich schon ziemlich Premium jetzt, ne? Jetzt bin ich natürlich auch wieder weit ab von irgendwelchen Bäumen. Ich muss mal gucken, dass ich, äh... Da unten ist viel Wasser. Dass ich, äh, in ein Gefilde komme, wo ich halbwegs sicher bin. Ich möchte jetzt nicht am Anfang schon 50 Mal sterben müssen. Ich weiß auch nicht, was hier so spawnt. Ich habe natürlich auf Peaceful gestartet. Äh, auf Easy gestartet, Entschuldigung. Nicht auf Peaceful. Und dementsprechend, ähm... Bin ich hier auch nicht alleine. Ja, das ist ein Auftakt, wie ich ihn gerne habe in Minecraft. Das ist wirklich toll. Ich freue mich sehr. Wir haben auch den ersten Tag sehr, sehr gut verbracht. Wir haben viel erreicht. Wir haben uns schon ein Haus gebaut. Wir sind völlig sicher. Wir, also... Uns kann nichts passieren. Es ist halt unglaublich undankbar, dass wir in dem Gebiet hier gespawnt sind. Da hinten sind Bäume, aber da komme ich jetzt nicht hin, weil da die ganzen Viecher sind. Eieieiei. Kann man Pilze essen? Ich weiß es nicht. Wir verbringen die Zeit jetzt einfach mal damit, Erde abzubauen. Oh, ich habe ein kleines Giftchen davon getragen hier. Warum auch immer. Also die Säule da hinten, die man sieht, ist mein Deathmark. Da kann ich dann hingehen. Das kann man dann auch einfach löschen. Ich bin auch in den Testläufen ein paar Mal gestorben. Das war eigentlich gar kein großes Problem. Es ist jetzt auch sehr spannend, dass ich hier Erde baue. Aber ich kann mich halt überhaupt nicht verteidigen. Also wir müssen, sobald die Sonne aufgeht, auf jeden Fall losziehen, das Zeug wiederholen und so schnell wie möglich ein Häuschen bauen, zu dem wir zurückgehen können. Und vor allem müssen wir wahrscheinlich zwei, drei Schafe, ähm... Ja. Hauen. Ich glaube nicht, dass wir es an einem Tag schaffen werden. Ähm... Eine Schere zu craften. Das bezweifle ich ein bisschen. Aber wir müssen gucken, dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Wo steht denn der Mond? Der ist da. Ja, der hat es jetzt nicht eilig, ne? Der hat es jetzt nicht wirklich eilig. Dann hauen wir den Pilz hier noch weg, damit es hier wenigstens halbwegs noch was aussieht. So. Viel hat es nicht gebracht, aber wir sind jetzt auf jeden Fall hier mal auf einer kleinen Plattform, auf der wir alles überblicken können. Die Chunkreichweite ist natürlich nicht sehr hoch. Also wir sehen es, ähm... Ich denke mal, da geht es aber tatsächlich schon zum Meer raus. Also da wird nicht viel zu holen sein in der Richtung. Was macht denn der Mond? Geh doch jetzt mal unter, ey. Ähm... Ein Bett wäre jetzt natürlich echt Premium. Ich kann hier halt nichts machen. Das ist der Traum. Das ist der Traum. Ich bin auch beim... Ich habe zwei Testwelten gemacht. In der ersten bin ich in einer Winterlandschaft gespawnt. Nebendran Pilz. Ja, gut. Ist jetzt nicht gerade Win-Win. Und danach in einer schönen Graslandschaft. Ähm... Mit Wüste. Und eigentlich viel Ressourcen auch. Und dass ich jetzt hier spawne, ist... Ja... Fast typisch. Fast typisch doch, ja. Aber wir sehen es, es ist eine riesige Bucht hier. Aber es ist halt einfach keine schöne Gegend. Wenn das hier alles grün wäre, ich würde es nehmen. Ich würde es sofort nehmen. Aber... Mit dem ganzen Pilzzeug, das ist halt einfach nicht schön. Das lässt ein bisschen auf sich warten. Ich werde mal gucken, dass ich einen sicheren Pfad schon mal so ein bisschen rüberschlagen kann. Ähm... Und dann... Gucken wir mal, dass wir... Da irgendwie rüberkommen. Ich könnte mir jetzt natürlich mit Erde hier irgendwie in die Brücke rüber bauen. Aber dann versauen wir die ganze Landschaft. Das ist auch nicht so das Wahre. Ich finde es auch sehr interessant, dass hier tatsächlich nichts spawnt. Hier oben. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, was da unten schwimmt. Wenn ich es wüsste, könnte ich den Umweg übers Wasser nehmen. Es sieht irgendwie so aus, als würde hier auf den Pilzdingern generell nichts spawnen. Kann das sein? Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Ich weiß es echt nicht. Ob die mir was tun wollen oder nicht, das weiß ich nicht. Oder ob ich es dann rechtzeitig rüberschaffe da, weiß ich auch nicht. Ähm... Ah ja. Geronimo! Das werde ich schon gleich sehen, wenn ich jetzt dann gleich hinten Damage kriege. Nee, anscheinend nicht. Okay. Ah ja. Das ist ja super. Okay, also ich glaube, auf dem Pilzzeug kann ich mich echt frei bewegen. Was ist das denn? Ähm... Kann ich mich echt frei bewegen? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ich sehe nur nicht viel. Ich denke, im Video sieht man noch weniger. Aber wenn ich mich jetzt hier halbwegs frei bewegen kann, dann können wir schon mal ein paar Schritte gehen. Dann müssen wir nicht warten, bis es ganz hell ist. Ich weiß nicht, warum im Pilzgebiet nichts spawnt. Bietet sich dann ja eigentlich an, hier auch nochmal irgendwie einen Unterschlupf zu lassen. So rein technisch gesehen. Aber ich möchte hier eigentlich nicht wohnen. Es ist halt sehr undankbar, wenn man kaum Ressourcen hat. Äh... Dann gibt es wahrscheinlich bessere Gebiete. Warum frisst die Scheiße so viel Arbeitsspeicher, Mensch? Ja gut, er lädt jetzt gerade Gebiete, ne? Also wenn er an den 7 GB kratzt, dann weiß ich, ich muss hier was tun noch. Aber so, ja. Jetzt wird es dann gleich hell. Ich sehe schon den Sonnenschimmer. Wenn der da ist, können wir uns wieder frei bewegen. Creeper sicher sind wir deswegen nicht. Und Spinnen sind rein theoretisch auch noch da. Aber ich glaube, am Tag greifen die nicht mehr an, ne? Also das, ähm... So viel weiß ich dann, glaube ich, auch noch. Ich finde halt bei diesen Shadern, das Farbenspiel ist wirklich der absolute Hammer. Also wenn man jetzt hier mal so Richtung Sonnenaufgang schaut, wow. Also es ist wirklich geil. Und allein das, was sich dann hier so, ja, schattenmäßig auch tut. Und wie die Sonnenstrahlen hier durchglimmen. Es ist halt echt toll. Also da können manche AAA-Titel nicht mithalten. Mit diesen simplen Shadern, die einfach nur Lichteffekte machen, ja. Das ist ja nicht mal High-End-Technik hier. Es ist aber einfach gut gemacht. Wichtig ist jetzt vor allem, wir brauchen was zu essen. Wir sind, äh, ein bisschen low gleich. Und, ähm, auch wenn ich mein Zeug wieder habe, so haben wir immer noch keine Behausungen. Die muss ich auch erst bauen. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht mehr so weit ist. Mal kurz gucken. Der Journal... Na gut. Die Minimap habe ich ausgestellt. Aus dem einfachen Grund, weil die einfach nicht mini ist. Und ich habe jetzt auch keine Möglichkeit gefunden, die anders zu skalieren. Wie ist das einfach zu groß, da rechts oben in der Ecke? Äh, vielleicht mache ich es ja mal an, wenn sie es anbietet. Aber ansonsten würde ich eher... einen eigenen kleinen Atlas vielleicht füllen. Ich weiß es nicht. Da schauen wir mal. Ich habe mich da immer noch nicht so reingefunden. Das sind ja auch viele Sachen drin, die bei... Hoppla. Hetzet verloren. Die bei den, ähm, Live in den Woods... Live in den Woods Mods nicht dabei waren. Das heißt, da fehlt noch einiges. Ähm, das, ähm, müsste ich dann ja auch noch nachholen. So, hier ist mein DevTall. Und eigentlich sollte hier auch ein... Kreuz stehen. Eigentlich sollte hier ein Kreuz stehen. Ähm. Ah, jetzt ist mir Minecraft abgeschmiert. Das ist natürlich super. Ähm, dann haben wir den Fall gleich mal, äh, mitbekommen. Tatsächlich ist es jetzt über 7 GB geschossen. Und das war dann wohl zu viel. Okay, dann, ähm, werde ich das jetzt dann gleich... äh, rausschneiden. Ich muss nur kurz... Ach, das kann man auch mal kommentiert drin lassen, oder? Dann kriegt man das mal mit kurz. Ähm, ich werde jetzt hier mal, ähm, die Speicherbelegung erhöhen. Und dann gucken wir mal, ob das, ähm, was ändert. Ob das tatsächlich was ändert. Und dann starten wir Minecraft einfach neu. Ich weiß auch nicht, ähm, 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 das so extrem viel zieht. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also, warum das so ist. Das leuchtet mir irgendwie nicht so ganz ein. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, wie man da, ähm, gegen arbeiten kann, dann sagt es mir gerne. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, meinen Arbeitsspeicher zu erhöhen. Also, neue Riegel reinzustecken. Aber wenn es nicht anders geht, werde ich das hier kurz oder lang machen müssen. Und ich weiß nur nicht, also Java, dass das so einen Arbeitsspeicherverschleiß hat, ist natürlich der Hammer. Hier seht ihr schon mal das Mojang-Zeug. Das lasse ich jetzt da mal oben links in der Ecke, weil sich mir das immer verzieht, wenn ich da irgendwas mache. Sollte jetzt nicht allzu lang dauern. Weiß ich nicht, was man da dagegen machen kann. Dass die Auslastung, ähm, solche, nicht solche Probleme macht. Ich kann natürlich dann noch an den Anforderungen im Spiel schrauben, gucken, ob ich da noch was machen kann. Dass es vielleicht insgesamt weniger verbraucht, das wäre natürlich auch noch sehr, sehr gut. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, äh, egal auf welcher Plattform ihr das Video jetzt seht, ähm, haut einfach mal in die Kommentare, wenn ihr, wenn ihr irgendwas wisst, wie man diese Abstürze auch verhindern kann. Weil ich habe kein Problem damit, dass der Arbeitsspeicher vollläuft. Aber das Programm soll mir das bitte mitteilen und nicht einfach schließen. Das wäre echt, echt toll. So, jetzt gucken wir mal, dass der das auch erkennt. Wir sind wieder im Spiel. Ich habe Ton und, äh, wir gehen jetzt einfach mal wieder rein. Ähm, also es scheint tatsächlich an der Arbeitsspeicherauslastung zu liegen, so viel ist klar. Ich weiß noch nicht, ich... Problematisch ist halt, dass wenn ich, äh, die, ähm, Leistung des Spiels mindere, dann sieht es halt auch nicht mehr so geil aus, ne. Das kommt halt dazu. Also das, äh, ich liebe diese Tonsprünge. Ähm, das ist, ähm, tatsächlich, ähm, ja, schwierig. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe hier mein DevToy, ja. Aber warum habe ich denn hier keine, kein, kein Kreuz bekommen? Weil ich durch Fremdeinwirkung gestorben bin? Ich weiß nicht, warum. Oder steht mein Kreuz unten? Ach, mein Kreuz steht unten. Ah, gut zu wissen. Äh, dann erstmal alles rausholen. So, das haben wir gemacht. Und dann kann man den, äh, DevToy hier löschen. Und zwar da. Zack. Und das Kreuz könnten wir rein theoretisch stehen lassen. Und ich glaube, das lasse ich auch stehen. Falls man hier mal wieder vorbeikommt, weiß ich, da habe ich mich mal, ähm, legen lassen von der Spinne. Das ist doch auch eine schöne Erinnerung wert. So, jetzt folgendes. Wir gucken jetzt mal, ähm, was wir denn in der Performance, äh, schrauben können. Jump fast, äh, äh, lazy junk loading on. Ähm, hm, 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 hm. Smooth world. Okay. Es ist halt schon, es ist halt echt alles aus irgendwie, ne? Ähm. Also den Fork könnten wir mal ausmachen. Das ist auf jeden Fall kein Ding. Smooth lighting. Ja, das brauchen wir schon, ne? Graphics fancy. Details. Sky off. Das ändert ja nichts eigentlich, oder? Den will ich eh nicht haben. Rein theoretisch. Das kommt ja vom Shader. Das heißt, die Skybox, die dahinter ist, sehe ich ja eh nicht. Also ich werde mich mal schlau machen nach der Aufnahme, was man denn alles rausnehmen kann, um die Leistung zu schmälern. Äh, was das Spiel frisst. Und dann, äh, sollte das auch alles kein Problem sein. Was ist das denn hier? Das ist Leder, ne? Wow. Okay.